Ich meine darauf läuft es halt immer beim schwierigsten Modus hinaus. Was willst du sonst anderes machen, als dass jeder kleine Fehler bestraft wird? Get out! Das war's. Okay, bleib hier. Ob das jeder gekriegt hat? Der hier spielt auf jeden Fall mit blauen Eintränken, habe ich gerade gesehen. Greedy fucks alle. Alles greedy fucks. Selbst ich als Berserker spiele mit epischen. Einfach um zwei mehr zu haben als Möglichkeit. Oh. Wow. 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 Das war's. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.